Irgendwie steht Silver auf Amy, kann das sein? Also, was ich gemeint habe, ach du Scheiße! Silver, du kranker Bastard, Alter, du hast Amy umgelegt und jetzt das! Der fühlt sich echt cool, ne? Ist aber auch egal, wir wollen ja jetzt in die Wüste gehen, zu Sonic, wir wollen Sonic finden und damit wir kommen zurück zu einem Weisgrab von Let's Play Sonic The Shock 2006. Was ich mache? Sorry, als ich finde Sonic, werde ich dich finden, wer du bist, Silver. Das sieht so schön aus. Was? Du willst dieses Deser? Wenn Silber wüsstet, dass der, ja, blaue Igel sonnig ist, dann, ja, fangen wir es mal an mit euch hier. Oder dabei erst mal selbst was zu begehen. Ja, ein Tod, der fehlt uns ja leider noch. Wir sind ja als Silber ja noch nicht gestorben, deswegen, ähm, war es ja langsam mal überfällig. Ich hab gehört, hier wollte ich mich auch nicht mal sterben sehen, ne? Jetzt erreichen wir! Verreckte! Ja, bye bye! Ja, bye bye! Hallo! Wow! Gib mir, Muni! Eins, zwei... Komm! Hallo? Ich will Muni nehmen! So, sind jetzt alle down. Der ist immer noch nicht down, ne? Aber, jetzt! Perfekt! Alle umgelegt! Jetzt geht die Party los! Und zwar kommt jetzt erst mal, warum die Silber-Geschichte in das, dass er gehasst wird. Wir spielen jetzt auch ohne Billard, weil, wir müssen wissen, Billard ist ein cooles Spiel hier in diesem Game. Und, ja, kleine Funfact über mich hier, das wisst ihr wahrscheinlich nicht, ich spiele gerne Billard, also, wenn ich mal, weiß ich nicht mal, oder wenn wir mal wo sind und die Gelingenheit haben, Billard zu spielen, im Urlaub, dann kann es ja passieren, dass ich mal ohne Billard spiele, ne? Bitte, du auch noch, bitte! Wenn du da runter gehst, bitte! Wow! Man kann nicht so runterschieben, ne? Merkt ihr das? Moment! Moment, da bewegt sich auch noch einer. Geh rein! Genau! Eingelocht! Eingelocht! Leute, ich bin der Meister des Einlochens hier, ähm. Problem ist, ist der hier, der muss zuerst. Genau! Jetzt können wir den einlochen. Und jetzt würde ich sagen, ein bisschen Power hier. No, war definitiv nicht schlecht, der Move hier. Und jetzt erst mal zu dir hier, du! Du hässst dich ja hier, mit deinen... Verrecke, ähm. Genau, ähm. Jetzt kommt das Spiel, was mich... Was ich hassen werde, ne? Genau, komm mal her, Muni! Genau! Genau, so wollte ich das sehen. Perfekt! Jetzt können wir uns die zweite Metallisch überholen. Ja! Entscheidend sollt ihr irgendwo sein. Aber erst mal will ich das holen. Was ist denn da? Ringe! Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Unter uns sind übrigens die ganzen Stachelbälle unterwegs. Die freuen sich auch darüber, ne? Ähm. Ja. Oh Gott! Bye, bye! No, wir können weiter. Ich glaube, jetzt kommt ihr Abschnitt, ne? Ja, da war das nicht schon. Ja. Lebt das ab zu Amy, ne? Also, Amy ist... Ich sag mal, ich sag nicht... Ne. Wie war denn das? Man konnte es ja unsichtbar machen. Wie war das? Wie ging das? Ah, genau so. X gedrückt halten. Gut, ähm. Genau. Bye, bye! Ja, die sind raus. Genau. Hier war die dritte Medaille. Die vierte kommt jetzt auch gleich. Weiter hinten. Aber erst mal muss Amy uns... Sprungkünste mal demonstrieren. Wenn man das richtig sogar macht, dann kann die sogar... Moment. Richtig hoch springen, Alter. Die ist OP, ne? Ich probiere es mal aus. Wow! Der Bug hat funktioniert. Applaus, Applaus, Alter. Ich glaube, da wartet einer auf uns hier. Von den Gegnern. Naja, stimmt. Amy muss mit Schwung rangehen. Sonst... Klappt das nicht. Sie ist genau wie... Alle anderen Charaktere. Ohne Schwung geht hier gar nichts. Dann wollen wir uns mal... Ranschleichen. Bye, bye! Ähm... Was machst du das, äh? Warum? Oh! Teilung aufgeflogen. Schade eigentlich, ne? Wah! All right! Ähm... Jetzt müssen wir uns wieder uns sparmachen. Denn der Nächste wartet ja schon auf uns. Oh, er hat uns gesehen. Und hier ist einer. Komm, schaffen wir das, schaffen wir das, schaffen wir das, schaffen wir das. Und den... Bye, bye! Soll ich sagen, er muss jetzt wieder aufgeflogen werden? Gut. Wir können es wieder sichtbar machen. Ich glaube, hier ist der... Ich glaube, da ist ein Schalter irgendwo, ne? Ja, er war hier. Und hier ist die Medaille. Oh mein Gott! Ach, da kam er her. Interessant. Ich glaube, wir müssen jetzt da lang, oder? Oh nein! Gegner! Wieder derselbe, ne? Hallo! Genau! Jetzt müssen wir da runter. In dem Bereich. Um... Haben wir! Ich glaube, jetzt können wir einfach weitergehen, ne? Hallo! Danke! Ähm... Und... Komm, 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 komm! Schaffen wir das, schaffen wir das? Ja! Klappt doch alles wunderbar. Außer wir haben jetzt gerade eine hinten reinbekommen. Steht ihr da für Gegner? Findet ihr das lustig? Ich eigentlich nicht, ähm... Ist irgendwas dran, ne? Wir können cheaten. Wir können cheat ab, hier, ne? Warum anstrengen? Wenn es auch einfach geht. Wir sind geladen und bereit. Those enemies look like they're guarding that door. Let's start by getting rid of them. So! Wow! Moment! Ich kann mal ja Geniana benutzen hier! Hallo! Ich wollte mich eigentlich töten, aber... Hat ja gut funktioniert, ne? Genau! Der muss umgeworfen werden. Hallo! Ich hab' den abgeworfen hier! So, komm her! Auch! Ich glaub' ja... Genau da war sie. Die Leute hat ja schon mal unserem Gegner hier mächtig Ärger gemacht. Genau. Jetzt kommt er auch gleich. Ähm, ja. Genau. Ähm. Mua! Ach, du Scheiße! Nein! Ich hab' den Arsch, Alter! Bisschen am Arsch hier! Oh mein Gott! Da war sie nicht. Die kommt rechts hier. Und... Let's go! Nein, werd' ich eigentlich auch nicht gebraucht, aber... Sei's drum! Genau! Aufladen! Und... Let's go! Ich glaub' jetzt kommt die nächste kleine... Bäm, bäm, bäm! Ne? Und... Stab! Hallo! Betäubt den Idioten hier! Der ist ein Idiot! So, irgendeine Wand, ne? Oh! Ähm... Hallo! Ich will dich nehmen! So, einer lebt noch hier irgendwo, oder? Also, ich glaub' ich glaub' ich hab' das geschafft! Moment! Hallo! Danke! Und... Den da kriegen, irgendwie... Hallo! Ich will den auch noch töten! Ich will den töten, Alter! Der ist raus! Ich hab' ein Paralyse eingesetzt, aber... Sei's drum, ne? Hallo! Äh! Die Paralyse ist defekt! Ich kann die nicht ab! Das weit oben! Schade! So! Halt die Fresse hier! Jetzt kommt das Spiel, ne? Jetzt muss ich mal gucken, ist der Ball hier überhaupt... Na klar! Na klar! Der Ball ist natürlich die Spawnd, Alter! Aber sowas von hart! So! So! Ich will wirklich schauen, wie ich's will, ne? Das wird schwierig! Ich hab' nämlich... Das ist nämlich absolut das Schwierige eigentlich bei dem Spiel! Und das... Und das... Warum ist denn nur noch 7 im Timer? Und ich... Nummer 6 hier... Wie... Äh, achte, wie's war! So, und jetzt bewegt dich, du fetter Ball! Okay, Moment! So, Nummer 4! Wir sind fast da! Das Loch ist genau da! Wenn ich jetzt einmal durchballer, ist er durch! Was?! Ist das Betrug, Alter! Der hätte runtergehen müssen! Der vorbeigehen müssen! Ey! Wer will... Wer soll das denn wissen? Ganz ehrlich! Wer soll das wissen, bitteschön! Also ich konnte das jetzt auch nicht riechen! Ist das... Na gut, dann müssen wir noch einen Tod hinlegen! Wäre auch noch geil! Ich bin noch nicht oft genug gestorben in dem Spiel hier! What the fuck?! Was war denn mit dem Ball abgegangen? Das war ein Ball on drugs hier! Wenn du runtergehst, Alter! Ich schwör bei Gott! Du bist tot, Mann! Den da jetzt wegzubekommen, wird schwer! Wenn ich jetzt schaffe... Den mit einem Hit da drüber ziehe... Ich versuche jetzt... Genau! Der sollte eigentlich anders rüber gehen, wie die Bande und nicht so! Leute, wir werden noch ein bisschen damit upgraden müssen! Das kann ich euch jetzt schon versichern! Was zum Fick?! Lass ich mir den Ball hochgehen, ne? Alter! Ich hab dir nur den Startbein reingerammt und der geht ab! Der ging ab! Alter, mit drei... Jetzt durchzuziehen, Alter! Das ist doch fast unmöglich! Äh... Nicht möglich! Der fliegt doch falsch schon! Das war für die Tonne! Ich durche denn gerade nur mit diesen Dingern an? Mann! Ey, das ist OP, Alter! Mal gucken, kann ich denn eigentlich damit hier... Äh... Wunderbar nicht! What the fuck?! The Ball is going on! Das ist der krasseste Ball, den ich jemals gesehen habe! Ohne Scheiß, Alter! Das könnte was werden! Wenn der jetzt reingeht, ohne dass er nochmal gegenhalten muss, dann... Wobei, wenn der noch einmal angeschlossen wird, dann ist war's das hier! Ich hab mal einen Versuch! Wie steh ich gerade? Ähm, so... Das ist der letzte Versuch, wenn der nicht reingeht! Ach, du Scheiße, Alter! Wir haben's geschafft mit allen Kollateralschäden, die uns hier im Laufe dieser Mission... Hallo gesagt haben! So, nochmal ein paar Punkte mitnehmen! Ein bisschen hier Kollateralschäden, noch ein bisschen hier abwehren! Ja gut, das wird kein Chaos-Mobbing, glücklicherweise, aber... Ey! Das war vernichtend, Alter! Das war vernichtend! Ich bin echt gerade, kommt jetzt die Mission... Der Bosskampf? Ich glaube, jetzt kommt der Bosskampf! Ja, jetzt müsste der Bosskampf rein, theoretisch kommt, von daher... Machen wir noch ein Stück weiter! Ich kann nicht glauben, dass wir noch nicht auf dem Sonic haben! Geh, ich weiß, wo er ging? Ich bin für dich, du bist der Iblis Trigger, deine Aktionen werden uns alle entdecken, wer bist du? Mein Name ist Silver, für den Zukunft des Welt, ich werde dich destruieren! Der Buskampf ist eigentlich ganz easy, ne? Woh, 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 what? Aua! So! Komm her! Ähm, ja, die Ringe will ich noch haben, ne? Hallo? Hä? Ich darf die mal Ringe sammeln? Wo ist der? Oh! Ich sehne! So! So, haben wir jetzt erwischt, danke! Gewonnen, oder? Ja, wir haben gewonnen! Das wird keiner dran geben! Dafür, was? Ich wollte ja noch den Ringe haben! Das ist ja bescheuert, ey, mit dem Ring, ne? Na gut! Wenn wir erstellen den Part im nächsten Part, geht's ja weiter! Kommt aber nicht vergessen! Bis zum nächsten Part! Bis dahin! Und natürlich! Emerald, ähm, kann ich speichern? Ja! Control! Bis wohl! Das ist das! Das war unser Name! Ja! Das war's!